Endlich mal angekommen. Dann gehen wir mal rein. Okay, mal so ein erster kurzer Eindruck. Sehr cool. Ja, das ist ja mal meine Ecke hier, oder? Kriminar-Romane. Das sieht gut aus, oder? Jetzt sind wir bei HarperCollins. Hier gibt's irgendwas umsonst. Hier Arno Strobl. Wir gratulieren. Wir haben die Bücherbüchse. Heute sind wir. Aber so viel los, meine Güte.